Puh! Endlich bin ich mit meinem Haus fertig! Oh mein Gott, was ist denn das? Killermall gegen Megalodon? Oh mein Gott! Cool, das klicke ich mal an! Ah, schon wieder ein Clickbait! Wo sind hier die Parkplätze? Ah, Hilfe! Krokodil, du hast ja deine Zähne nicht geputzt! Hallo, ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Und jetzt sehen wir etwas ganz Hässliches! Puh! Ich habe mich jetzt echt selbst übertroffen! Endlich ist mein Haus fertig! Oh oh! Nein! Ich habe die Tür zugebaut! Ahhhh! Und es ist doch nicht fertig! Klopp, klopp! Wer ist da? Die Tür! Oh mein Gott! Geiles Auto! Hä? Wirklich? Gefällt's dir? Achtung! Wiese! Grrrr! Bis zum nächsten Mal.